Are you ready to rumble till the sun? Aber das wollen wir jetzt nicht vorenthalten. Oh, der Dude looted eine Kiste. Oh, die hat einen Werkzeugkasten. Dann dürfte das ja fix gehen. Die Killerin oder was? Oh nein, sie weiß nicht wie es geht. Sie steht genauso dumm da wie ich in der ersten Runde. Das ist jetzt natürlich doof. Und sie hat den Werkzeugkasten. Space ist übrigens Leertaste. Wachst ihr nicht die Maus zu drücken? Und damit hocke ich jetzt alleine am Jen. Oh Gott, wie sieht die denn aus? Hier bitteschön ist da eins. Verdammt. Ich bin an der... Ich muss ehrlich zugeben, ich habe den Skillcheck verkackt, ne? Und dann kam die Killerin, weil sie das gesehen hat. Und die, die bei mir war, die nicht wusste, wie das mit dem Jen geht, die hat sich schon vorher versteckt gehabt. Also bin ich mit der komischen Monstertante an ihr vorbeigelaufen mit der Hoffnung, dass sie einfach switcht. Aber die ist bei mir geblieben. Wo ist sie denn? Die ist im Haus. Ja geil. Entschuldigung, kannst du mir helfen? Ich hänge hier rum. Es war nicht böse gemeint. Ich wollte die gar nicht zu dir bringen. Die ist bei mir. Sie läuft jetzt zu jemandem, der hinterm Stein ist. Ja, sie verfolgt dich noch. Okay. Von hier sah es aus, als hätte sie dir ein Bein gestellt. Ja, vor der Bauchzeit. Dankeschön. Ich kann jetzt halt nicht mehr... Ah, okay. Sie hat dich aufgegangen. Ich werde sie mal den Jen weitermachen lassen und guck mal, ob ich dich retten kann. Oder ist jemand bei dir? Okay, ich habe Herzschlag, aber ich... Herzschlag ist weg. Okay. Ich komme zu dir von außen. Ich bin gerettet. Ist nicht dein Ernst. Der Jen ist schon an. Dann gehe ich wieder zum... Oh, hier ist ihr Totem. Ich mache das kaputt. Ich glaube, dann verliert die irgendwelche Fähigkeiten. Ich weiß auch nicht, wo die ist. Ich sehe gar nichts. In diesem Schneesturm. Und ich habe nur ein T-Shirt an. Ein Tanktop, Alter. Oh, nicht schon wieder. Als richtiger Bodybuilder. Okay, wenn die bei dir hinten ist, dann kann ich ja hier hin. Oh, hier ist gleich eine Palette. Das ist ja praktisch. Ah, wir sind ja fast fertig, wa? Ja, guck mal, wie schnell wir das machen. Oh, hier ist gleich eine Palette. Dank meiner Hilfe. Hast du sie gesehen? Hä? Wo? Ach. Hacke. Ich habe es gerade versaut. Ich weiß jetzt nicht, irgendwo hat hier wer geschrien. Gehe jetzt mal zu dem Jen, der am weitesten weg ist von da, wo ich es gerade verkackt habe. Das war aber laut. Okay, ich müsste eigentlich ganz weit von hier weg sein. Und ich bin in der Hütte. Aber das Dach ist undicht. Ich friere hier drinnen trotzdem. Keiner rettet übrigens den Dude, ne? Ihr seid beide an einem Jen und ich bin voll weit weg. Oh, ich kann einen Killer sehen. Ah! Wo kommt sie denn her? Oh, sie hat sich teleportiert. Deswegen konnte ich sie vielleicht sehen. Ich habe gerade schon wieder einen Jen verkackt, aber die ist ja weit genug weg. Du hast sie ja abgelenkt. Okay, der ein Dude kommt in eure Richtung. Oh, ihr hängt beide zusammen. Das ist ja richtig schlecht. Kannst du mal aufhören zu labern? Okay, konzentrier dich einfach. Du, ey, das sehe ich auch, dass ich hänge. Konzentrier dich beim Hängen. Ja, die ist halt immer noch... Ich kann die zwischendurch sehen. Warum? Habe ich einen Perk dafür, wa? Nee, den kann ich auch zwischendurch sehen. Hast du einen Perk dafür, wa? Oh, du wirst abgehangen. Na ja, aber die hangen noch nicht. Die hangen noch nicht. Das ist gut, oder? Alter, wollt ihr mich verarschend? Was sehen die denn von mir, diese hässliche, dieser... Aber traf der Arme hier. Okay. Leck mich doch. Ja, ich bin jetzt tot. Natürlich. Alter, lass mich doch einfach hängen, ey. Oh! Oh, hier war eine Treppe. Ja, ich würde ja gerne den Leuten helfen. Ich hänge da lieber. Da passiert mir nichts, ey. Sie ist bei mir. Woher weiß sie, wo ich bin? Sie ist wieder weg. Sie bewacht die anderen jetzt. Oh, das tut mir so leid, dass ich dich nicht retten konnte. Oh, das ist ja... Die bewacht den Typen. Das ist ja mega doof. Ich... Ich... Ich mache einen Gen. Ich glaube, sie kommt zu mir. Ne, sie ist dran vorbeigelaufen. Aber sie bewacht halt den... Er ist der Einzige, der liegt, und der liegt da halt voll doof. Oh, das war knapp. Ich sehe sie noch. Jetzt sucht sie mich. Ist er auch tot? Ist der, der verletzt ist hier im Haus? Weißt du das? Keine Ahnung. Er ist weg. Mist. Oh. Ja, der wird ihn aber bekämpfen. Vielleicht, wenn ich den Gen fertig kriege, dass die hierher läuft, dann versuche ich außenrum zu ihm hinzulaufen. Mach doch einen Knaller rein einfach. Nein! Dann haue ich den Gen wieder runter. Wenn ich es schaffe, dass der ein bisschen hochgeht, der Gen... Okay, ich habe einen Knaller reingehauen. Ja, sie kommt rechts, ne? Ja. Läuft sie gleich voll in die Arme. Ich sehe sie nicht. Ich weiß halt auch nicht, wo die Luke sein könnte. Alter, wenn ich jetzt draufgehe... Musst du die nicht noch heilen? Ja. Aber irgendwo, wo die Tante uns nicht unbedingt sucht. Oh, der war perfekt. Sie kommt. Die kommt. Ich habe sie geopfert. Ich habe... Die Arme, ey. Ja, okay, die ist tot, wa? Ja. Ja, da kann ich wohl nichts mehr machen. Ja, ich weiß. Ich hoffe, dass sie nicht weiß, wo ich bin. Wenn sie... Ja, sie läuft weg. Oh, jetzt muss ich die Luke finden, damit ich wegkomme. Kann ja nicht noch zwei Gents machen. Oh, die weiß bestimmt, wo die Luke ist. Ich weiß nicht, ob ich die hören würde. Alter, ich schwitze jetzt richtig. Aber im Haus ist die nicht, ne? Die Luke? Es wäre halt cool, wenn man die schon gesehen hätte. Ich traue mich halt auch nicht zu sprinten, weil ich nicht weiß, ob die mich hören würde. Die weiß bestimmt, wo die Luke ist. Die bewacht die bestimmt. Versuche ich es doch mit den Gents? Jetzt kann ich halt wirklich nicht... hier reden. Geh mal schön zum Haken. Schlecht. Haben sie dich nicht gesehen? Nein. Ich war perfekt im Stealth-Modus. Ja, aha. Scheiße. Na, oder sie hat dich verarscht. Nee, noch nicht. Aber ich weiß halt nicht, wo die Luke ist. Ich wollte eigentlich nicht rennen, weil ich Angst habe, dass die mich sieht, wenn ich renne, oder ich die Luke nicht höre. Oh, wo ist denn diese verdammte Luke? Das muss ja irgendwo am Haus sein. Letzt mal bei dir auch am Haus. Vielleicht im Keller? Die Türen sind freigestellt. Warum? Wer war das? Ich? Äh, Zeit. Alter, das wird jetzt richtig knapp, ne? Wenn die jetzt kommt, bin ich am Arsch. Komm, 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 komm. Geh auf. Sie kommt. Komm, 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 komm. Ja, komm. Sei mal mit. Ich hab's geschafft. Alter, war das knapp, ey. Oh, ich hab schon gedacht, die Luke ist vielleicht im Keller oder so. Alter, ich hab's so gespitzt gerade. Ich war so aufgeregt. Puh, das war spannend. Also, für mich war's spannend. Nervenkitzel pur. Ich hoffe, die Folge hat gefallen. Wir haben's wieder nicht beide geschafft. Wieder nur 50%. Alter, ich hab richtig Herzklabuster nur. Ich hab Herzkasper vom Feinsten. Ei, 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 ei. Der hat mal Aufregung. Wenn's euch gefallen hat, lasst gern ein Like da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.